Hi, na? High five! Oh, Blübchen! Kälbes Blübchen! Oh, großer Blübchen! Großer Blübchen! Episode 12 Na, du hast eine Erfahrung! Moin moin und herzlich willkommen zu Episode 12 Wir haben jetzt ein bisschen Holz gefarmt Ich glaube, ich habe 17 oder 18 Stacks Planken Ich habe auch die Bahn da schon ein bisschen weiter gebaut Mitarbeitern natürlich wieder du und du Au, au, au! Ja, und nicht zu vergessen du Ja, stimmt, ich bin auch dabei Hi Ich habe alles mögliche abgeholzt bis zum Getno Auch wieder nachgepflanzt Sollte demnächst wieder wachsen Wir können weiterbauen Fifi hat hier unsere geilen Pillars gebaut Wir haben aber in unserer kleinen Pause schon mal ein bisschen weiter gemacht Alter Das sieht so pornös aus Wir werden so viel Holz verschwenden Und ich bin froh, dass ich die Dinger nicht bauen muss Aber es sieht echt geil aus Ich habe auch extra schon Löcher reingemacht, damit das nicht so viel Holz ist Ich dachte schon, das wäre für die Optik Ne, echt, echt fett Geil Ich gucke mir das nochmal von oben an, aber es sieht schon echt mega aus Und Leiter hoch Und um die Ecke Geil Ach ja, Fifi hat auch das Retardwasser unten im Turm gefixt Wie das Retardwasser gefixt? Du hast das... Was? Guck's dir doch mal an Jetzt kannst du ja für richtig schwimmen Oh, wie langweilig Das ist doch viel geiler mit der Strömung Ich mache das irgendwann wieder richtig, Leute Keine Sorge Ja, wichtig ist aber für nicht, dass du die Eisenbahn hier so einmal Rand hier so drumrum führst Das finde ich cool Das ist, was ich meine Ähm Okay, aber wo hält man dann? Ja, da bauen wir dann eine Bremse rein oder sowas Okay Können wir machen Eine nicht befeuerte Power Rail ist, glaube ich, eine Bremse Und jeweils an den Stützen sagst du eine Power Rail? Ja Okay Gucken wir mal, wie gut das geht Wir haben hier für unsere Zuschauer Wir haben hier so eine Detektor Rail Wenn man da drauf klatscht Dann aktiviert man da mal die Power Rail Das ist, äh Den sparen wir uns diese Redstone-Fackel Und Fifi sagt, das ist besser für die Optik Leute, hier Habt ihr Holz? Wow Was haben wir? Achso Ich rief mir nicht einzeln das Holz zu Nee, hatte ich auch nicht vor Ich hab gar nicht so viel Platz Ich hab zwei Plätze Ja, gut Danke Fifi, du auch noch Holz? Nee, bring das Fifi, Fifi ist verletzt Fifi, also Im Kopf Im Kopf ganz klar verletzt Ja, hängen geblieben Ja Deshalb trage ich auch einen Helm Eindeutig So, ich sag mal Hier startet auch eine Power Rail Vielleicht machen wir hier auch einfach Ähm Einen Schalter hin Und das ist dann gleichzeitig auch die Bremse Weißt du, wir machen die Power Rail Machen wir nicht komplett an Sondern Mit dem Schalter Und dann ist das hier quasi die Bremse Wenn man hier einmal im Kreis gefahren ist Achso, ja, wenn man kommt Papp und am Schalter Und dann geht es weiter Ja, das macht seine Alles klar Dann machen wir das so Und ich ziehe den Scheiß hier rüber Ja Äh, soll ich die Fuckeln hier schon mal Abbauen auf dem Weg? Nee, lass die mal dran, du Na gut Wenn ich weiter mache, dann baue ich das alles um Dass das so aussieht wie der Rest Ja Ähm, ja, guck mal, der Hase macht einen Freischwimmer Die Hase macht einen Freischwimmer? Da drüben Warte Breakdancer auf dem Wasser Ach, der ganz hinten Hahaha Geil Man reiche mir einen Bogen Das ist doch ein gefundenes Fressen dafür, ey Hat jemand einen Bogen mit? Ich habe eine paar Schießübungen, ey Habe ich einen Bogen mit? Hahaha Ja, Angeli, nee Vor allem täuscht ihr jetzt auch noch an Als würdest du ihm helfen wollen Oh, warte mal Ist hier denn Ach, nee, hier geht es ja eh bergab Ach, hier ist einer Unfälle Ab geht's Na, komm Äh, jetzt muss ich da Ach, so, da hinten ist noch eine Warte mal, kann ich, Alter Kann ich das Boot mit der Angel von hier oben kaputtschießen, ey? Boah, warte, das will ich sehen Ich bin doch auf die andere Seite Warte mal Hört Setz dich da sofort rein, Fiffi Warte, ich hol's wieder Ja, hol's wieder Ist das geil Ja Wie auf den Fiffi Ich hoffe, ich wirf dir den Haken jetzt nicht in den Schädel, Alter Ah, mein Auge Ah, mein Auge Wie gut Wie cool ist das denn? Ich hab hier den Fiffi geangelt Aber wo ist das Boot hin? Das ist dein Schild Du bist mit dem Kopf hier gegen unsere Bahn geknallt Dann ist das Boot dran kaputt gegangen, weil du mit dem Schädel an die Bahn geknallt bist Abgefahr, der Scheiß schon wieder, ey Wie geil ist das denn, ey? Ey, das ist mega Ach, dieses Spiel fasziniert halt immer wieder, ey Ey, wenn der da genug ist Nicht abschiehst, warte, warte mal Oh, warte, was passiert denn? Ist der schon tot? Warte, 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 warte Bitte sag mir, dass das klappt Oh, bitte Nein Oh, Mann Da ist er ab und schmiert Ja, das war der Spaß Alter, krass, was man alles angeln kann Ich werde bescheuert, Alter Gefällt mir sehr gut Voll Mehr davon Daumen hoch für den, für den, für den Boot Dingels, ey Alter, das Mir fällt kein Wort dazu ein Ja, Boot Dingels trifft Boot Dingels halt Ist das abgefahren, ey Heftig Geil Und hier gibt's nochmal richtig Speed, ey Ich verbrate hier mal übelst die Power-Rate Ja, das Bergab-Ding da, äh Ja, ist hier gleichzeitig noch ein Bergauf-Ding Das bremst jetzt aber, wenn da keine Power dran ist, ne? Ja, da kommt ja noch Power ran Du verrückter Hund, ey Das ist erstmal hier der Rowbau Achso, zum Hochfahren ist das Wollen wir eigentlich noch ein paar Kurven reinmachen in die Bahn Oder nur stumpf geradeaus Ach, wir waren da doch irgendwann noch so ein bisschen Schnörkeleien dran Ich hatte bei meiner alten Bahn, ähm, auf dem anderen Server, den ich hatte Hab ich das so gemacht, dass die Bahn bergab ging Und dann hab ich an einer Stelle Lava fallen lassen Und dann bist du quasi immer mit dieser, mit dieser Lore, bist du genau drunter hergefahren Also die Lava fuhr ein Stück über deinem Kopf Das war auch ziemlich geil Es hatte immer so ein bisschen, wenn du das erstmal mit der Bahn gefahren bist, ey, dann hast du Spaß Kann man, kann man Loopings machen? Kann man Loopings? Ne, glaub ich nicht Wieso denn nicht? Ähm Ey, das müssen wir ausprobieren Weil du ab einer bestimmten Stelle, du kannst die Dinger nicht steil stellen Oder? Weiß ich ja Du kannst vor allem nicht an der schrägen unten dran langfahren Wie willst du das machen? Ja, das sowieso nicht Also du müsstest dann den, 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 den Zwischenweg müsstest du fliegen Warte mal, erstmal muss hier nochmal so ein Ich setz mich da irgendwann mal dran und probier das Mal gucken, ob es, damit so Powerrails und so, dass da richtig durchgeschossen wird Ja, wir können da auf jeden Fall nochmal eine Episode von machen Ja, voll Wie für ein Testlabor, ey Ja, voll So Habe ich schon ja voll gesagt? Bestimmt schon, ne? Nein Erzähl mal Voll, Alter Geil Okay, jetzt machen wir erstmal hier so einen, so einen sporadischen, äh, Scheiß von Sporadisch Achso So Und dann kommt hier ein Knöppekes dran Upsalat Also mit diesem neuen Texture-Pack Upsalat Gesundheit Ähm So, Knöppekes Lore Setzen Ja, das ist natürlich jetzt sehr gut mit diesem Knopf Ich würde das nochmal kurz überdenken Okay, ich hab's überdacht Also, ich hab kein Dach drüber gebaut, sondern ich hab drüber nachgedacht Hörte sich jetzt aber an, du Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen Äh, warte mal, vielleicht setzt ich ihn einfach oben drauf Ach, ich bin so der König Und Ogo Dafür auch die Krone, ne? Und Ogo Und Ogo Okay Ähm Ich habe gar keine Probleme hier und ich hab ein Screenshot gespeichert Jetzt hab ich den Was? Ja, ich hab irgendwie Wurstfinger Äh So, erstmal ein Brot Könnte nämlich sein, dass ich sonst sterbe Warum auch immer Äh Hier müssen wir auf jeden Fall mal einen Tritt hinbauen Was er tut, ey Was du tust Scheiße Scheiße Achso Das war falsch Hab ich denn Weichen gebaut? Hab ich Bremsen gebaut? Ne, Powered Rail Aber Aber wieso Ein Powered Rail? Hebt es ab, oder? Oh, ich sehe, ich sehe die Insel Ich sehe die Insel Landhinsicht Verstehe ich nicht Äh, waren da letztes Mal auch schon Berge Leute Oh, kann mich nicht mehr so erinnern, was da weiter weg war Richtige, große, hohe Berge mit Schnee Also, sie sind ja bestimmt nicht in der Zeit gewachsen, ne? Hehehe Ja, vielleicht haben wir auch was anderes gefunden, du Ei Ne, 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 ne Jetzt starten die Begründung So ja nicht Ne, 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 ne Das kann nicht sein Bibi, du machst ja die Fashion-Abmessung, ne? Du weißt genau, was wohin muss Ja, ja, das ist absolut Durch und durch abgemessen Äh Ich lobe es auch Okay Das sieht schon mal Sau nice aus Ähm Ich brauche aber noch so ein paar von diesen Activator-Schienen Aber das kriegen wir hin Außerdem Ist die Frage Wie wir das hier am coolsten lösen Entweder machen wir hier eine Redstone-Fackel hin Oder Oh, weißt du was, Alter? Weißt du was? Weißt du was? Eigentlich Können wir diese Power-Rails scheißen Was meinst du, wie schnell du da den Berg hochkommst? Ich hoffe Meinst du, der aktiviert soweit? Danke, ich wollte es auch gar nicht testen Du, Hamel, du Okay, der aktiviert zu kurz Das ist natürlich, das ist natürlich ein bisschen doof dann Kannst du nicht da welche zwischensetzen? Alle zwei, drei Dinger noch so eine Aktivierungsding Nein, ich bin ins Wasser gefallen Alter, wieso geht das denn nicht mit der Hand? Da ist er Ähm, ja, keine Ahnung So eine Kacke Hast du noch so Aktivierungs- Ja Ja Ja, das geht, ja Weißt du, den kacken wir auf das eine Aktivierungs-Ding hier Naja Und dann setzen wir uns hier rein und Vollgas! Ja, und hier ist dann schon nicht mehr Ja, weil Da fehlt dann wieder die Passende Aktivierung Okay, es geht also nur bis hierhin Dann wissen wir das zumindest Mach doch da eine normale Und dann machst du da nochmal so ein Aktivierer Der reicht auch für die drei, glaube ich, ne? Ja, sollte eigentlich Doch, hast du recht So Soll ich nochmal? Soll ich nochmal fahren? Ja, fahr du mal Fürs Protokoll Und Das sieht doch gut aus Und da kannst du jetzt auf den Knopf drücken Eins Ohr Aber du musst dabei W drücken Also du musst nach vorne und auf den Knopf drücken Irgendwie Das funktioniert auch nicht so ganz So, wir brauchen ja noch so eine Safety Zone irgendwie, ne? Ja, ja, ja Ich hab da eben schon zwei Blöcke hingebauten Nicht, dass ich da schon mal runtergefallen wäre Aber ich bin da, glaube ich, viermal runtergefallen Loll Wirst du alles noch sehen, wenn du die Folge siehst Ich habe mich still aufgeregt Ja, irgendwie musst du dabei noch W drücken Das ist so ein bisschen Ja, fast Vielleicht machen wir dann Hebel hin Ja, irgendwie Irgendwie muss man da noch selber beschleunigen Ob mich das jetzt so beschleunigt hat, ey Ja, hat es Guck es dir an Wie du abgehst Und der Raster Der Raster Da kommt es da Ein Skelett hat auf mich geschossen Warte, ich schieße zurück hier am Bogen Da ist unser Pferd Äh, ja Also soweit, so gut eigentlich Das funktioniert schon mal Ich baue jetzt erstmal noch ein paar von diesen Moped Schienen Ja, dann mache ich hier an der Konstruktion Da schießt auch auf mich, ey Wo du weg bist Hier siehste Es gibt einen Bogenduelle Wir achten auf den Chat Na, läuft Bestimmt, jetzt steht hier ein Baum hin Ist ja wohl Wacken sich Über die Scheiße Aha Da hast du Schuft Das Ah, da gibt er nach Da gibt er nach Zwischen den Bahnen sind zwei Zwei frei, ne? Ja Okay So, und ich werde jetzt durch unseren Zauberwald gehen Und einmal das Feld abernten Damit ihr mal seht Wie schön das ist Man muss hier einfach nur runtergehen Ach, guck mal Fast alles gelb Wunderbar Ich habe auch sehr viel Platz im Inventar Ähm Pfff Pass auf, ich schmeiße jetzt erstmal das eine Ei Vielleicht schlüpft es direkt Kür Ja Ist direkt nicht schlüpft Haben wir noch nicht gesehen So, hier könnte es jetzt ein bisschen laut sein Mit den ganzen Tieren und dem Feld Ja, du musst trotzdem nicht schreien Wir hören dich noch nochmal Ja Aber die anderen nicht Meine Stimmen im Kopf Von, na egal Ja, ja Jetzt regnet es auch noch ein bisschen Das ist zum Beispiel sehr schön Als Gerd nach So, wie sieht das aus hier? Ja, wir gehen gleich auf jeden Fall die Tiere Die Tiere füttern Die Tiere füttern Und dann müssen wir eventuell mal drüber nachdenken Das Ding mal zu vergrößern Oder, oder die Tiere ernten Oder mal die Tiere ernten Das kann natürlich auch mal wichtig werden Ich glaube, äh, ja Diese einzelnen Wasserpunkte im Feld sind übrigens total sinnlos Weil das Wasser ja direkt darunter ist Aber Da könntest du ja immer einen Klotz drunter setzen Nein Das sind die Opfergaben an Neptun Das muss alles genauso sein So Stratz, stratz So, im Wasser bauen ist natürlich besonders spannend Ja, ne Das macht immer viel Spaß Äh, da hab ich mir gar nicht so Aber, wie soll ich das jetzt eigentlich sagen? Aber, Steve, du bist jetzt auf der Insel, wo wir gerne hinwollen, oder? Ach, ich hab schon eine Idee Ja, ich bau dann wieder zurück Also, ich bau die rechte Strecke gerade aus Okay Also, ich bin so Engineering, Alter Du bist so Engineering Nee, ich bin so Engineering Okay Nee, wenn du sagst, du bist Engineering, dann glaube ich dir das auch Also, Fifi knows best Toll Wenn nicht du Wer sonst? Wann dann So, äh Weed Weed Ich weiß gar nicht, wie viele Tiere wir da haben Alter, ich bin doch so abgefahren, wenn ich doch so war Alter, und Die Liebe beginnt Alter Schwede, ich werde hier totgetrampelt Ach du Scheiße Was hier los ist Und hier steht schon wieder ein Schaf, steht wieder draußen Macht ja nichts Äh, ich bin nicht erträglich Dabei musst du auch die Geräusche machen, hast du gar nicht aufgepasst? Ach, sorry So weit war ich in meinem Schauspielkurs Ah Aber, ach Schade Apple Eggs Oh, kleine Schafe Wie sehen die denn eigentlich aus? Könnt ihr mal kurz den Schritt an dieser Entschuldigung Box ist weg, Mann Ja, Box ist weg Es sind 50 So viele Fäuste habe ich nicht Okay, wir haben schon mal ein Steck 50 Fäuste für ein Halleluja Ja, 50 Fäuste für ein Moe und mehr vielleicht Was ist das hier mit dem Wasser? Muss das noch? Das ist meine, meine professionelle Leiter, um nach unten zu kommen Oh, lass mal in Ruhe, ihr Kacks Steve, es klang, als hättest du auch noch... Das ist doch ein blöder Saunsack, bist du doch, ey What did he do? Ah, warte, er hat hier diese Wasserleiter, ne? Ich schwimm gerade hoch, bin kurz vor oben Nimm dir das Wasser weg, ey Ich klatsch wieder runter Ich will raus, doch Ja Schienen bauen, ne? Ja Auf geht's Ähm, ja, ihr könnt mal ein paar von diesen, äh, Dingens Schienen bauen Von diesen Ich bin tatsächlich ein bisschen Holz gebrochen Aktivierungsschienen Ja, sonst fahren wir noch mal ein bisschen Holz Das ist vielleicht auch ganz geil Steve, hast du nicht noch was? Ich hab, äh Noch drei Stacks und 41 Der Rest ist verbastelt Ja, warte mal Ich komm jetzt hochgepässt, ey Woah Oh, jetzt ist mein Minecraft weg Egal Ja, bleib mal hier Ich meine, gib mir das Holz Und auf dem Rückweg nimm mal ruhig ein Minecraft Und dann haben wir wieder eins Äh, kannst du das da basteln jetzt? Die Schienen oder was? Ne Ja Ja Ja, du gehst doch jetzt erstmal echt nur und holst Eis Oder nicht? Ähm, hatt' ich nicht vor, aber Und wenn du irgendwann mal wiederkommst Egal, wenn du irgendwann mal wiederkommst Nimm Minecraft mit Ja, alles klar Ich nehm Minecraft mit Ja, bitte Das ganze Spiel bitte Ja Weil der Notch auf dem Rücken, aber der ist ja nicht mehr Aber egal Ich schneide dir trotzdem auf dem Rücken und dann... Mach ich Ich schneide dir einfach irgendwen auf dem Rücken Irgendwen findest du schon Porky! Wo ist denn die Porky? Achso, ja, der zaubert immer noch Porky's Wizard, ey Ich hab so viel Müll im Inventar So, soll ich vielleicht auch noch ne Workbench mitbringen? Alles, was dir beliebt, ey Da mach ich nur ne Workbench mit Ich hätte doch eben einfach mal ein paar Samen in die Kiste werfen können Was macht ihr jetzt? Ja, äh, wir sind übrigens am Ende angelangt Heute darf Fifi apräorieren Jo Äh Wie damals im wilden Westen auf zu neuen Ufern, würde ich sagen, ne? In der nächsten Folge jetzt weiter Alles klar Ja, tschüss Tschüss